wieder mal was neues von waldurlaupt.de und zwar diesen exklusiven waldurlaupt.de den gibt es für alle die... wenn du das wissen willst, dann würde ich sagen bleib dran hallo willkommen da ist der reini osmann schön dass du wieder mit dabei bist dieses patch ding hier ich weiß dass es den einen oder die andere gibt die schon ganz heiß drauf sind weil sie es immer wieder bei mir sehen und jetzt gibt es die auflösung jeder der bei uns auf unserem wunderbaren buchskräfterial gekommen schau dir das an schau dir die ruhe an und hör dir die wunderbare landschaft an irgendwie ist das nicht deutsch aber du weißt ganz genau was ich meine dann haben wir hier hinter mir unser neuestes objekt und zwar das weidehaus hinterstaff eine wunderbare sache aber egal um das soll es gar nicht gehen nur um diesen patch saison start mai 2022 all unsere besucher also jeder der zu uns kommt hat die möglichkeit diesen patch hier zu bekommen und zwar einfach mit dazu und zwar das geht ganz einfach weil also gut jetzt löse ich es auf es ist so jeder ja jede person die zu uns kommt ja auf waldurlaupt ins buchskraft areal egal ob du jetzt einen zeltplatz mittels oder das buchskraft im buchskraft camp ist ob du in einem haus untergebracht ist oder im alten holz ehemaligen holzfellerdorf vollkommen egal egal jeder der bei uns als gast eincheckt bekommt so einen patch wie funktioniert das nach der anmeldung bekommst du ja informationen zugestellt und da gibt es auch bei uns unseren shop unsere unter basis camp sozusagen dort gibt es zum essen zum trinken und so und jetzt auch die patches das heißt du kommst und sagst ja ich bin von da bis da in der melkstadthütte oder hier im weidehaus hinterstaff oder im buchskraft camp was auch immer und dann kriegt jeder gast diesen patch und eins sage ich gleich den werden wir niemals nie verkaufen also nicht dass jetzt glaubst du okay ich könnte ihn vielleicht im reine rossmann shop kaufen nein 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 das geht nicht da gibt es nur messer und rucksäcke und andere sachen diesen patch kriegen wirklich nur die leute die bei uns auf waldurlaupte gäste sind und das waren letztes jahr doch nicht zu wenige und wenn du auch heuer dabei sein willst und uns besuchen willst dann schau auf waldurlaupte gebe da unten den link dazu ich würde sagen es ist eine runde geschichte wenn du fragen hast stellt sie ich freue mich auf deinen besuch dein reini rossmann und ciao